Da kannst du dir deine Fähigkeiten auswählen, oder was? Rotzähler. Ah ja, die haben alle noch andere Fähigkeiten. Halt so Bonus für welches Level verdiene Schilddurst oder so. Na, das Lifeline entscheidet sich selber zum Heilen oder die Boxer vom Himmelsmaulen. Na, aber wenn entscheidet man sich da? Weißt du nicht, steig im Level auf als Gehasse. So. Ah ja, den Schild musst du updaten und den kannst du auswählen. Interessant. So. Wir gehen da her und dann... Schneiden und da, ok. Ich hab schon das richtige gefunden. Mozambique. Hoppala. Wo? Wo wollte ich? Oh, wenn du Tab guckst, kannst du das auswählen. Da hast du den Gegner. Bei mir leckt's ziemlich. Ich weiß nicht, was los ist. Wenn du guckst, dass ich mir noch... Der Ton kackt immer ab. Was ist das? Erster Treffer. Stopp, nerf. Ja. Ah, die war. Ich dachte, du schaffst dann. Ups. Du rennst ja direkt in See. Nee. Auch sein. Ja. Da ist doch alles auf mich. Lade nach. Da rum. hier kommen alle auf mir dahin aber noch nicht da da war ich für den trepp da ich tue aber ich bin mir da aber der will zu mir rufen ist da bei mir kün ja noch da war mir schon ist es aber an das team ja ich wohne bei mir ist auf nacht aber rücken ja ja da bei mir schon ich bin da oh über die über den guter da war gesprungen krass lol als hättest du nix anders du bringst jetzt gett aus dem jungen ja weil du bringst nicht jungen zum gett f1 für upgrade aha ok ja 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 ich muss da kurz zum hailen das ist ein turbo ladder ich muss mich dann noch mal hinzufinden 4 halten und ich keine schild ausweible Ja, das hab ich, das hab ich, das rohne ich da links oder mal auf das. Hättest du auch schon noch kein Schild? Oh. Ich hab hier eine Anpassung, unser Brecher. Ich leide meine Schilde auf. Das ist bloß. Hoppala, da ist wohl nicht mehr. Guck mal, wo ist das? Das weiß ich nicht mehr. Ich hab hier keine Waffe. Ah. Warte, ob wir geschossen. Oh, mach keine noch auswählen. Reduktion abgehend zeigt der Fähigkeit. Das ist krass. Aktivierungszeit der taktischen Fähigkeit. Aktivierungszeit der taktischen Fähigkeit. Das ist taktische Fähigkeit. Das haben wir verklickt. Ich könnte ins Kerr-Paket abholen. Ah, er kennt. Ah, das Ding. Jetzt zeigt man ja sogar, in welche Richtung Feinde sind oder was? Was? Da holt man gerade an wieder. Spannend, hm. Ah, der da vorne ist gedaunt. Ah, der da vorne ist gedaunt. Ah, der da vorne ist gedaunt. Ja, stimmt. Mit den Endmaschinen, dacke. Das ist auf den Schockenhebel. Mit dir am Knie. Das ist ober. Ja, da hab ich auch mal neue Gegnerspur. Es ist eher, äh, Mary, Mutter Gottes. Naja, dadurch. Wie eine Angst. Naja, wo angst. Da ist auch einer, der sich hielt. Der Staun, der hinten ist auch verstaunt. Der Staun. Der Staun. Der Staun. Nein, Knie. Das ist ein anderes Team. Ich hab ihn. Wie du noch? Lisa, wo bist du? Ich hab einen hingegangen. Heil mich, heil mich, heil mich. Wo bist du? Die wirfen eine Granate, aber die wirfen eine Granate. Nein, Lisa, andere Taste. Hey, ja. Dankeschön. Danke. Knie, wo bist du oben noch? Nein. Hier sind einer. Gelli vor Tür sind einige. Es ist immer noch so klobig, echt. Das ist Wahnsinn. Wir sind ja 8 Uhr. Achso, warte. Wie viele Staaten dann haben wir? Ja, 18 Uhr waren wir. Wie viele insgesamt? Ja, wie viele gibt es da dann? Äh, 60 oder 20. Oh, oder was? Nein, hätte sein. Da ziehen wir jetzt durch. Ich bin ja nicht. Ich bin ja fast. Ich bin ja fast. Ich bin ja fast. Nein, du. Wir haben einen Job zu erledigen. Wir sollten uns ranhalten. Irgendwie habe ich gehofft, dass ich das jetzt schon auswählen kann oder so. Schade. Übergib das. Okay. Ähm. Oder? Keine Ahnung was da gut ist. Hier ohne. Da sind zwei Teams mit planten in der Vitrine. Dann gehen wir da. Naja. 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 Schade. Oh Gott, hörst du doch darum, wer am weitesten wegrennt? Ja, so ist es. Ja. Ja, es ist... Wie viel Overlay ist das? Ja, immer mal, wir sind in Unranked einfach, dass man kämpft. Es ist so... Die Teams bringen sich gegenseitig nicht um, weil sie voneinander wegrennen die ganze Zeit. Oh, so unterschiedlich. GGs. Ich hab gar nichts da, aber es kommt euch, ja? Ich denke euch jetzt die roten Dings kriegt. Mhm. Und du warst es nicht. Ja. Das bedeutet immer so viel. Da bin ich ja gar ein Schwarz, wo ich reinge. Grüß. Jetzt gewinnen wir noch unten, ja? Ha. Easy. Wir haben alle keine Daten, der eine hat 41 Kills. Ja. Oh, jetzt geht's ab. Ich hab alle Replikatoren markiert. Ich hoffe, du bist richtig... Alter, mir hinter den Arsch auf. Ich weiss nicht, ob ich das will. Da ist schon die Tür, oder? Nein, da ist schon die Tür. Da unten wäre eh auch nichts. Ich bin auch bedrohlich. Wohl. Oh mein Gott. Ah, ich hab R99. Ey, wie kann der nicht sterben? Der ist 1. Der ist minus 10 HP. Das geht's einfach nicht. Das dumme Spiel, Alter. 100.000 Leute. Ja, ich bin. Fick dich. Ah. Man kann mich retten vielleicht, ich weiß nicht. Mhm. Wird schon. Das kann ich noch mal machen. Oh, ist so gut. Ja, ich denke Munition. Ich lenke es einfach ab. Juhu. Ich hab keine Munition. Ja, gib mal woanders. Kannst du mich in den Hang-Reloaden. Huch. Er ist warm. Ja, ich hab keine... Ich bin auch warm. Ich bin auch warm. Nein, ich hab nix in den Hang-Reloaden. Ja, die anderen sind ja in den drei Teams. Wie wird's los? Ja, kein Springer jetzt plötzlich, oder? Mhm. Ja, keine Munition mehr. Ja, da liegt noch etwas. Nein, von hinten. Da im Eck ist ja klar, gell. Ich hab ihn mit Boxfall zu wählen, gell. Ja, dort ist schon ich. Ja, und da wo zuerst was er kämpft ist und sind einfach wieder abgehauen. Ja, immer weg gehen. Ja. Ja, ich buche Munition. Ich kann ja kämpfen. Ich hab da unten antroffen. Da unten ist Munition. Da ist Munition. Ja, cool. Was ist denn weg? Ah! Warte, helf ich. Was können wir denn sehen? Oh. Woll da. Aber sie ist ganz viel. Ja, die können ich. Da ist jemand oben. Er kommt zu euch. Ja. Wie geht das denn? Ah, ja eh. Oh shit. Na. Oh. Er hat keine Rüschung mehr. Wie beide zwei. Ich hab da ganz andere Probleme. Ja, ich wohne. Der ist vor mir da. Ich wohne. Aber ich... Klubige Spiele einfach nur noch. Ohne noch an den Boden sind, ich habe mal echt nur noch siecken. Ich hab keinen Monik mehr an den links gesehen. Oh shit. Wie viele Sachen da immer kommen, ey. Wie oft du einen Gegner abschießen musst, damit du überhaupt mal irgendwo nahelig glauben es ist. Wahnsinnig. Oh, Legendary habe ich jetzt. Wow, was könnte ich das wohl sehen? Wow, so cool. Was triebt gerade eigentlich los? Oh. Es wird heute nicht einfach. Ah, da wird's gut geholfen. Oh, da ist schon freder, zu. Keine Ahnung, was man da hinten machen kann. Wie ohne. Hey, man hat ja schneller Dinger, wie gedacht. Bei Gegner geworden wird der Kuh auf uns zu. Ich bin ja nett für euch. Warum? Was ist das? Ich nehm ihn da unten. WTF? Gut, an der Treppe und auch nach oben. Oh, der Schlo, glaube ich. Ah, hinzumachen. Läuft da auf dich zu. Hm. Die Kondomie, also. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht, das Spiel. Wie ist das? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Ich weiß nicht. Und das kann ich nicht mehr. Muss ich immer üben? Nein. Ich habe nicht das Spiel, wo wir nicht imstande sind, hier mal auf den Vordermann zu bringen. Ich wundere es sowieso, dass es in Ernsthaft gespielt wird. Der eSport ist gespielt. Das eSport-Thema ist schon wild bei der Visitalin im Eck. Ich finde es krass, das letzte Turniere ist vom Hacker fertig kaputt gemacht worden. Ja, doch ein Anti-Cheat oder so. Das habe ich gesagt noch. Das ist schon ziemlich traurig. Aber das ist euer Champion. Warum das lüht überhaupt mal? Das ist immer wurscht, das sollen sie ja machen. Aber dass die Firma nicht imstande ist, natürlich mit dem geilen fairen Anti-Cheat, wo wir eh wissen, dass das kein Anti-Cheating-Programm ist. Fairen-Cheat. Ja, das ist eben toll. Das ist ja für Cheating-Programm. Der Hacker hat ja sogar andere Spieler einfach die Cheats gegeben. Ja ja, er selber hat ja glaube ich gar nicht gespielt. Er war quasi nur auf dem Server drauf. Es ist so geil. Irgendwie so. Es ist so eine Blamage. Der Security wäre gross gewesen. Ja, ganz gross. Ah, aber das ist aber eine gute Waffe. Das kann ich leider nicht sagen, was der aktuelle Meter ist. Ja, ich auch nicht. Aber ich bin schon schon lange her, als ich es gesehen habe. Das rechte Tiergewehr. Jetzt aber wild da bei dir. Und eigentlich die Wingman gibt es die immer oder wie? Das ist ja auch nicht. Das ist jetzt super duper Waffe. Ja, wir haben da kleine, schauen wir. Ja, ich gehe nicht rein und sterbe oder wir? Die tun da dann auch. Und wir schauen bei der Tür. Mhm. Ja, bei mir ist einer. Wir gehen direkt da hinten. Da markiert. Da kann ich nicht sehen. Ja, ja, ja. WTF? Hä, wie war der nicht markiert? Wie war der nicht markiert? Wie ist das? Wie ist das für eine Waffe? Bin ich blind? Oder? Warum? Ich kann Hardro, kann zum Wiederbelebung abbrechen, gell? Da kann er mir sagen. Mhm. Ich blieb gerade schankert vor der Tür, wenn ich mir ein Medipack trug. Ich bin höch schrittlich. Scann wieder mal. Keine Gegner geordnet. Aber das war vorher da auch irgendwie so. Warten. Warten. Die Hörer. Ich hab's vorne. Hinter dem. Ja, das ist links für euch. Ah, hinter uns. Ich hab's schon auf. Ich hab's gerne. Ja, das ist meine. Dann oben hab ich fast. Ich hab's hinten auf. Könnt euch verpissen. Ich scan mal kurz. Ja. Ja. Ey. Wieso? Können wir zu mir hier rein an der Drohne? What the fuck ist das? Und was hab ich da verpasst? Da ist auch noch ein Haufen hier. Da haben wir, keine Ahnung, ein Fass in die Fresse geschossen. Hm. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ah, es sind 20 geworden. Ja, es sind 40 geworden. Oh Gott. Ne. So, wie wir das Spiel erkennen. Ne. Ja. Ich hab ihn aufgestiegen. Da kommt einer hinter die Ringe. Der Pusti. Oh, schade. So dumm. Schade, das ist ja knapp. Ich würd' sagen, knapp. Fast erst. Fast erst. Fast erst. Da ist ja irgendein Zimmer, da hat's Fass ins Gesicht. Puffa. Warum wird die Lifeline schneller, wenn's jemand den umbringt? Das ist wie bei der Jinx, sonst ist ihr von League of Legends abgeschaut. Das ist ganz strange. Was ist denn das? Ja, gewisse Helder sind sehr gerne. Ja. So komisch Unlocked habe ich noch nicht so ganz. Aber war schön. So ist es. Big Business. Boah. Stuhlässige Skins. Bestimmt von der Zittner, wo du Profi warst. Hm. Oha. Crazy, crazy. Ich sag, ich würd mir gern Charakter wechseln, weil ich wüsste keinen anderen, wenn ich spiele. Ja. Hast du nicht auch der Roboter manchmal gespielt? Ja, ja, ja. Da schwinge ich mich maximal in Abgrund. Ja, ja. Oder der, der sich die Spritze immer gibt, wo schnell ist. Ja. Ja, ich glaub, wir sind schon. Heroinroboter. Ja. Wo landen wir circa? Kannst du? Ich komm mich da nicht aus. Aber ich glaub, wir landen in der Mitte. Da ist ich glaube, eine Erhöhung. Einfach da, wo ich jetzt hinlande. Links, rechts davor. Okay, Entschuldigung. Gute Erhöhung. Ach, scheiße. Ja. Hey. Aber wir sind da hinten leer, oder? Was warst du noch in der Reihe? Closer. Ich hab immer noch keine Weben. Das ist eh ein Problem. Drift Charna gerade. Ah, ich hab was. Let's go, hätte ich gesehen, oder? Hm, ich brauch noch mal eine zweite Waffe, wo hinter dir sein. Nein. Ne, da fahren sie eh aus, oder? Ja. Die sind überrascht, oder? Die roter, wo ich eigentlich um mich wollte. Ach, schüsst du da noch. Die, ach so. Die scanne. Die scanne, die ist unten. Wie ist denn das denn? Ja, nein, der dort. Hab einen. Jawohl, ich bin der Beste. Ich bin der Killer Boy 93. Ja, ich würde wegglasert. Von irgendwo da. Der Literale, wo ich einfach verstecke. Ich komm da nicht hoch hier. Ne, schon, ne. Ah, jetzt wär ich grad da oben g'si- Ja, jetzt kann man mich retten. Nicht so, warte schon. Na, 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 da im Offen, ne, Mann. Das ist schon der Nächste, ne. Jetzt verlicht, quasi. Probier's einfach. Ja. Ich scanne da mal. Wo ist der eine? Der chillt noch, oder? Dankeschön. Oh, bitte. Na, ich bin der Beste auf dem Dach. Mann, den hab ich schon zweimal gehört. Er schwebt dahinter, ja. Ja, ich war die Küre, glaub ich. Naja. Ja. Er pusht. Wo ich meine. Und da, da ist auch noch einer. Oh. Er kommt zurück von woher. Ich scanne. Da ist jetzt kein Squat gestorben, möchte ich sagen, gell? Hm. Kein Squat ist gestorben. Alle rennen sie weg. Ja. Geht's schon. Jetzt. Bei der Treppe schon. Die Schülwungs. Ech. In's zum Darm. Haha, grüß hab ich vorgemacht. Ist das denn nicht für ein Pol? Ja. Das ist. Abriss wie eine Explosion. Wie nachstieg bald wohl. Ist das so. Oh oh oh. Wir sind hart einstattiert. Wir sind beide downed. Irgendwann er wird gerade offen. Und neben uns läuft noch einer. Aber einer ist auch betrolt. Ja, es ist... Du machst es super. Nein, das ist einfach ein dummes Spiel. Nein, das ist einfach ein dummes Spiel. Aber wüt. Es geht nur ums. Es geht nur ums. Renner, 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 weg, renner, weg, renner, weg, renner, weg. Ja, da kommst du noch. Du bist Diaman. Ich hab schon wieder mit Diaman-Spieler gespielt. Die sind nur umeinander gecroucht. Die ganze Zeit. So. Da spüren wir so. Oh, ich hab was legendäres rausgekriegt. Es ist... Boah, ist das cool. Man wünscht bei mir Ladezimmer, wenn ich das aufbache. Die Skins sind aber auch für Wish, ja? Gut, es geht auch f-f-fuck-off jetzt auf Steam. Was? Es geht auch f-fuck-off jetzt auf Steam. Echt? Was? Ich glaub schon, es ist derisch. Wir haben ein Newsfeed, was du... Ich weiß nur, so ein ähnliches Spiel ist grad gekommen, nämlich ich... Grey Zone Warfare. Aber das ist schon ganz interessant, du. Aber das kann ich im Moment noch gar nicht kaufen, nur mit Ki. Da sind die Neons. Was? Genau da? Mhm. Äh... Witter gerade ein. Irgendwo da ein oder so. Okay. Wenn die anderen sind oder vor ist. Gange dies. Rechte. Natürlich. Ah, ich muss ein anderes spielen. Das war so dumm. Ja, weil einer glitscht an mir vorbei. Sie durch die Tür glitscht da praktisch. Ah, da ist er schon an. Der ist low, das gibt's hier gar nicht. Ja, ich sag die Dinger kaum. Ah, der ist so low. Der ist so low, die sieht jetzt voll schade. Er brauche aber fast nichts, musst du sagen. Ich brauche aber fast nichts, musst du sagen. Ja, eh, keine Kämpfe. Aber irgendwie... es gibt ja ja ich krieg einfach so headshots ohne hände die fähigkeit überhaupt macht jetzt haben wir jetzt reden wir die jetzt easy win das ist gar kein skill issue was wir da aktuell ist rotflinte ist nicht mehr so schlecht hallo bist du schon da wollen wir noch nicht startet erst in über 20 minuten ich hab drei gegner gewahrt ja oh ich hab einen taunt andere ich wohnen hinter dir die ecke sitze aber kann man sich jetzt kann ich auf cargo praktisch zwar schon so dass du da spiel spiele das ist dann verschwanden ach so ah der hat dann zwei so trauscht wie was lifeline pete so und jetzt R311 jetzt kommen wir da um mich jetzt kommen wir da um mich ich seh den R311 jetzt laufen wir am Rand entlang ja bitte jetzt laufen wir am Rand entlang wie tut man da nochmal die Minimap auf M nein Minimap aber da hat man die nicht so anders warum laufen wir so auf ja wir spielen jetzt das Spiel professionell hallo Schatz ja wir wollen wir den Lauf gar nicht haben wir gesehen hallo ist das frech Markus ist jetzt etwa überrascht dass wir das gute Apex Legends spielen und wie war's hast du glacht hast du glacht also was so wenigstens zwei Mal wäre gut ja vielleicht war's ja nicht so gut du doof ja ich will das einfach nur los kann ich das nicht aber auch unsere Gegner wäre gar nicht so gut die Karte zeigt dass wir etwas zu weit verteilt sind okay Karte oh ihr habt da vorne so einen Adler was das immer hast ich glaub das ist das ich glaub das ist das das ist das die sind da aufgelaufen aber die hat das Spiel nicht verstanden vor 28 Sekunden waren die da ja 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 ich auch sehr wohl dass sie da aufgelaufen sind naja das hast du wirkt so ne ja ich will halt die leichte Munition so hey aber wir blieben jetzt da und warten bis der Kreis da ist damit wir wissen in welche Richtung wir laufen ja so spielt man das Spiel und nicht anders ich glaub du lügst hallo tschau wir werden da blieben tschau was ist da blieben? nicht von meiner Maus verstehe oh weh Achtung Replicator ist unterwegs und jetzt da hm? das ist schon ziemlich lame was was machst du mit lame? ja da da ist deine Position wieso? das ist die beste Position in game in game ja weil nachher wenn der nächste Kreis kommt können wir nach links oder nach rechts rumlaufen welche Position macht sonst so not in game achtet auf den neuen Knillspitzenreich aah ach scheiß die Wanne haben wir übergelegt hey ha ups das ist ein Evo-Ernter und warum hab ich Evo noch nicht geerntet das ist das ist Evo-Ernter ja Evo-Ernter bei Lala ich hab gar niemanden gesehen ich hab gar niemanden gesehen ich sehe mich schon wie ich jetzt so einen Craver Shot im Kopf kriege und dann bin ich die ganze Zeit umher sonst gesehen bei Lala hey quinn ich bin gut ich spreche englisch aber ich bleibe die Stream in german das ist aber spannend ich bin beinahlich ich bin beinahe wie bist du? wie bist du? wie bist du? wie bist du? aufschützt für den dann richtung herkommen das ist so ein Evo ernt da habe ich ja gesehen ja was ist das ist ein Evo ernt da das hätte ich jetzt schon wissen ah scheiße ich habe einfach klickt kleiner Evo ernten ist ein kleines Kerrpaket wir sind ja nicht die Zone ist ja nicht da was machen ihr wir gehen wieder zurück what's up guys König du sollst ja wieder zurückkommen mei ich will doch dann eine Oma pimmeln du wolltest eben mit den letzten spielen und du übertriebschst immer so wie du die Leute immer nötigst bei Valorant die Arme die nichts dafür können die waren einfach ein kleines Toxic in ihrem Leben sind und du steckst immer voll drauf ein denn es ist immer es ist doch nur ein Spiel das ist ja dringend hier doch ich habe gerade vorher gesehen das ist just a game ja wenn jemand da fängt zum trollen absichtlich das ist ja ein Spiel du weißt was du meinst so jetzt können wir gleich los König gell kommen wir gleich los König schön wo ich bin im Spinnennest Perrighöhle wie ein Rutsche bin ich unterwegs der Nächsten wo ich es hier hat wahrscheinlich ein goldene Schild und dann stand ich da mit Hose dumm so wir können immer noch bleiben und mit den Punkten gut machen und was ist das rank na naja denn und jetzt ist er gar nicht das ist ja niemand das ist ja niemand ich traue wieder mal meine Ulti ja wobei ich langsam das Gefühl habe dass man da im im Wunder gegstigen kann da unten wir geschossen habe ich das richtig gehört da in meiner halb stillen Ulti in der man sonst nix hört äh ja da unten sind welche wo sind die wo sind die hier wir sind in der Schlucht hier ne oder da war ja und dann bin ich einfach durch da ist ein Wingman für die du willst die doch hä wo bin ich jetzt du da unten immer noch aber wo wir gestartet sind na 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 ja was ich schau mal ob der noch auch sonst irgendwer rumhuckelt natürlich hat jemand für euch leichte munition abzumgehen ja nicht wirklich abzumgehen ich hab 180 schuss mehr wie da waschett schau mal schauen dass da niemand aber kommt bei dem weg mit dem fetter ich bin jetzt war es zu früh um das ist ein easy win oder oder so jetzt sind wir da vorne hoffa ja ganz hoffa in der wäscher team ich hole die kiste dort ja ja da ist der gegner ja da ist hier ist der könig kommt zu uns soll man schiessen oder nicht er hat mich schon gesichtig ja es sind die gegner zwischen uns wahrscheinlich kommt hinter ist jetzt auch jemand ja wahrscheinlich kommt hinter ist jetzt auch jemand ja wahrscheinlich kommt hinter ist jemand doch kommt er auf der sitze oder zu mir er hat ein rotes schild ja ich kann dort schildern dürfen wir als letztes team irgendwie schütze die drohne ab ja jetzt hätte sein aber er ist ja wasted ultimate außer sie pushen jetzt nah aber da unten rechts kann man glaube auch noch gegner wir haben ein big problem da wird der team sie und da wird der team sie ja die vor recht schüssen schafft die links aber vielleicht sind wir da vorne ah da sind wir noch hinten das heißt wir warten jetzt einfach ab oh shit das ist ganz schlecht er ist immer noch da oben auf dem dach ist die rohne noch mehr eins zwei da fällt aber noch einer da vorne da rechts ist auch nicht da vorne zweimal kittet da rechts net schnell eh ne also pushen zöse einfach an derre stelle ja die kommt mir ohne hier aus da warte ich spiele mit meinem dinge wirklich mehr da habe ich auch da rüber kitt drauf nix ist ein anderes wort denn wir können da genau ins eck hinein stochen ja wenn der fahrer kommt wird es blöd wir blieben doch chillen nix machen mach du mal die dinge mal klein abig dann hab einen taunt nix der hat eine goldene schild der andere wo es umgegeht wo ist denn umgebrochen da vorne auf der straße ich links für östner und squab da oben auf dem dach ich würde die kiste gerne holen wenn ich ja die kann die kiste selber holen und wenn vom sonar ab wenn sie dort kriegt ja die kann die kiste selber holen ja die kann die kiste selber holen da vorne sind welche lesen musst du gerne kommen da vorne sind welche da vorne sind welche ich brauche die munition von der rückkiste ich bin in diesen wurscht ok komm mal zeug wenn es der hinkommt glück für uns bleib stark ja boi ja boi ah da hinter dir können wir arbeiten hinter dir können wir arbeiten musst du reloaden hab ich naß 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 halt bei mir auch nicht naß naß dann nur noch die gegenüber oh fuck ah da brennt von mir mhm ich kann zock ah ne staun der andere ist hinter der ding der hat nix mehr ah ne die ist ich nicht schwitzt boah und jetzt holt mir noch das ding da nein 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 oh schade is it die blau toxik ich will nicht hin space für emote mit der finger durch die asche unserer gegner das hätte ich eigentlich ab lecker was hat ich ab lecker die asche von unsere Gegner Und Lisa war dabei. Haha. Ja, nein, Kilt. Kilt sind nicht wichtig, wir damage sind wichtig. Wir damage wie alle anderen Matches zähmen, glaube ich. Ist ja schon mal eine Leistung. Ja. 13 Sterne. 20 Sterne. 2 Weltfootballstufen. Ja. Ich glaube nicht, das ist traurig. Aber bist du sicher? Ja. Ich habe das mit mir. Okay, passt. Okay, passt. Okay, ich habe das mit mir. Ja, deine. Warmer. Ein innerliches Volksfest. Ich hoffe, ihr euch so enjoyed. Und ich wünsche euch